Königin Silvia, Weihnachten im Familienkreis Doch zwei Kinder fehlen Königin Silvia, 78, hat ein Herz für Kinder. Aus diesem Grund war sie in diesem Jahr zum inzwischen dritten Mal zu Gast bei der gleichnamigen von Völliger Axel Springer. 73, initiierten Spenden-Gala Als Gründerin der World Hill Totverlundäischen setzt sie sich seit inzwischen 23 Jahren für sexuell missbrauchte Kinder auf der ganzen Welt ein. Eine Berufung, die herausfordernd ist, und ihr deshalb vermutlich beständig deutlich macht. Wie glücklich sie über ihre eigene vertrauensvolle Familiensituation sein kann. Mein Mann und ich haben, Gott sei Dank, ein inniges Verhältnis mit unseren Kindern. Erklärte sie im Gespräch mit Bild. Umso betrüblicher dürfte es für sie sein. Dass zwei ihrer Liebsten mit ihren Familien in diesem Jahr zum Weihnachtsfest nicht an der königlichen Tafel sitzen werden. Entgegen aller Erwartungen handelt es sich nicht um Prinzessin Madeleine, 40. Die bereits am 19. Dezember mit Ehemann Chris O'Neill, 48, und den Kindern Prinzessin Leonore, 8, Prinz Nikolas, 7, und Prinzessin Adrien, 4, in Stockholm eintraf. Die jüngste Tochter von Silvia und König Karl Gustav, 67, lebt seit vier Jahren in den USA. Dennoch richtet sie es immer wieder ein, die jährigen Familienurlaube im Sommer und die Feiertage zum Jahresende in Schweden zu verbringen. Sie feiern Weihnachten mit uns, bestätigte die Königin, verriet allerdings mit ein wenig Bedauern, Kronprinzessin Viktoria und Prinz Karl Philipp feiern dieses Jahr mit den Schwiegereltern. Wir hätten sie auch gern bei uns, aber man muss gerecht sein. Anführungszeichen Somit wird die Thronfolgerin mit Ehemann Prinz Daniel, 49, Prinzessin Estelle, 10, und Prinz Oskar, 6, ihre Geschenke augenscheinlich in Ockelbo auspacken. Dem Heimatort von Eva, 78, und Olle Westling, 77. Ihr Bruder Prinz Karl Philipp, 43, zieht es mit Prinzessin Sophia, 38, und den gemeinsamen Jungs Prinz Alexander, 6, Prinz Gabriel, 5, und Prinz Julian, 1, an den Gartentisch in Elfdalen. Dort leben Marie, 65, und Erik Hegfvist, 73. Doch bevor es die Familienmitglieder in alle Himmelsrichtungen treibt, wird erst einmal traditionell Silvias Geburtstag gefeiert. 79 Jahre wird die Frau an der Seite des schwedischen Monarchen am 23. Dezember 2022 alt. Dann beginnt für mich Weihnachten, sagt sie. Ihr größtes Glück hat sie in ihrer Aufgabe als Großmutter gefunden. Ich habe viel Spaß daran. Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen. Sie sind total verschieden, flink wie die Wiesel und sagen lustige. Aber logische Sachen. Ich finde es einfach herrlich, Ihnen zuzuhören. Vor allem zu Estelle hat Sylvia buchstäblich einen guten Draht, sie hat jetzt ein eigenes Handy und schickt mir zwischendurch kleine Mitteilungen in verschiedenen Sprachen. Das ist immer sehr nett. Sie schreibt auch schon ganz gut auf Englisch. Und was Social Media betrifft, ist die pfiffige Prinzessin offenbar eine geduldige Lehrmeisterin. Sie ist darin sehr geschickt und hilft ihrer Omi immer gern. Anführungszeichen. Und auch wenn Estelle und Co. in diesem Jahr nicht mit unter dem königlichen Weihnachtsbaum sitzen, darf Sylvia sich freuen. Endlich hat sie einmal genügend Zeit und Raum für ausführliche Gespräche und innige Momente mit Madeleine und ihren Liebsten. Ein Geschenk, das sie sicher von Herzen gerne annehmen wird. Verwendete Quelle, Bilde.